Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ganz, ganz kurzes und knackiges Update, weil es ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu besprechen gibt. Ich will nur mal ganz kurz auf Bitcoin, Ethereum und den Rest mal ganz kurz eingehen. Hat sich nicht viel geändert, trotzdem so ein kleines, kurzes Update, glaube ich, schadet nicht. Bevor wir jedoch starten, trotzdem gerne schon mal ein Like da lassen, ein Abo da lassen, ein Kommentar unten ran lassen für den Algo, damit der ein bisschen gepusht wird und das Video ein bisschen viral geht. Und ansonsten gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoin. Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und gerade eben ist noch die XRP-Analyse bei CryptoGuru online gegangen. Gebt euch die auch gerne. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein. Bitcoin momentan bei 66.600 US-Dollar. Das war ja die Analyse von gestern, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt Richtung 70.000, 72.000 US-Dollar hochschallern. Dafür ist mir das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen zu bearish, muss man sagen. Wir sind ja seit März in dieser Konsolidierungsphase. Wir strugglen jetzt schon seit längerer Zeit hier. Einerseits natürlich, wir hatten diesen großen Volumen-Push, der uns erstmal wieder Richtung 64.000, 66.000 US-Dollar hochgebracht hat. Dann auch in der Spitze auf 68.000 US-Dollar. Dieses Volumen hat jedoch jetzt erst einmal nachgelassen. Und jetzt strugglen wir hier die ganze Zeit, dümpeln hier die ganze Zeit rum ohne neues All-Time-High. Und das gefällt mir ehrlich gesagt derzeit nicht so wirklich. Dann haben wir die multiplen Divergenzen, wo wir gestern schon darüber gesprochen haben. Auch das gefällt mir nicht. Ich habe aber dazu gesagt, ich werde auf jeden Fall keinen Short hier eingehen, weil mir das Risiko dann doch ein bisschen zu groß ist. Ich warte, bis wir richtige Bewegungen wieder sehen, beziehungsweise in unseren Support-Bereich gehen. Das heißt, ich bleibe weiterhin dabei. Diese Divergenz sollte sich auflösen, auch durch dieses geringe Volumen. Dass wir hier nochmal einen Push in Richtung 61.000 bis ungefähr 58.000 US-Dollar sehen. Und von hier aus können wir dann im Endeffekt entscheiden, ob wir dann eine neue Long-Position aufmachen. Das heißt, hier momentan tut sich einfach zu wenig. Wir können nochmal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Frame reingucken. Sollte hier möglicherweise doch nochmal dieser Push kommen, über 68.000 oder vielleicht sogar 69.000 US-Dollar, dann können wir nochmal über einen Short nachdenken. Aber jetzt in der Phase momentan, nachdem der RSI im 1-Stunden-Chart schon wieder ein bisschen abgekühlt ist, ein bisschen zu riskant. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre, nochmal ein höheres Hoch hier zu generieren. Und dann kommt eben dieser Push nach unten. Das halte ich mir aber momentan noch offen. So, dann Ethereum. Dort soll heute ETF-Trading live gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auch hier gleiches Szenario wie bei Bitcoin. Seitwärtsphase. Wir dümpeln hier im Endeffekt den gleichen Schritt rum. Wir haben multiple Divergenzen auf 1H, auf 4H. Und so richtig geil sieht das auch nicht aus. Das heißt, auch hier könnte, wenn wir jetzt im Endeffekt das gleiche Spiel wie bei Bitcoin momentan machen, dass wir sagen, okay, dieser letzte Push nochmal über diesen Wick hier hoch in Richtung 3.571, weil die Ineffizienz hier auf H4 noch nicht richtig gestopft ist, könnte das im Endeffekt nochmal diesen letzten Push bedeuten. Und dann im Endeffekt genau unser Szenario, wo wir uns drüber gestern Gedanken gemacht haben, 3.250 bis 3.150 US-Dollar. ETF, News, auf den ersten Blick Bullish. Trotzdem, wir kennen es bei Bitcoin, war es damals im Endeffekt genau das gleiche Spiel. Wir hatten erst diesen Push und dann ging es nach unten zu dieser Korrektur, weil im Endeffekt zählt ein News-Event. Wisst ihr Bescheid? So, dann gehen wir rüber zum DAX. Keine Erinnerung, also diesen Wick mal nicht beachten, das ist nur im BingX-Chart, beziehungsweise hier auf diesem Cetra-Chart, hat aber nichts mit dem Chart generell zu tun, also da ist nichts passiert, können wir uns sparen. Gold im Endeffekt auch nicht wirklich was. Wir haben hier ganz im Gegenteil sogar eine Bullish-Divergenz. Wir haben hier leider keine Position offen, sonst hätte ich hier gesagt, okay, wir machen hier diese Long-Position auf. Eventuell sollten wir hier nochmal einen tieferen Dip sehen in Richtung 2.388, genau hier auf diesem Pivot R1. Vielleicht kommt da noch ein Signal im Laufe des Tages, dass ich hier doch noch Long gegangen bin, aber momentan glaube ich noch nicht wirklich dran. Also wenn wir jetzt gleich diesen Push kriegen, dann eher die Short-Option hier oben, ansonsten tieferes Tief, wenn da irgendwas ist, gerne in der Gruppe join oder auch nochmal Bescheid geben, falls ich es nicht auf den ersten Blick sehe, dann wäre das im Endeffekt die gleiche Option, wie im Endeffekt, wenn wir jetzt bei Bitcoin und bei Ethereum nochmal ein höheres Hoch kriegen sollten, hoffe ich genau dann eben auf dieses tiefere Tief nochmal bei Gold, um dann im Endeffekt diesen Reversal zu machen. Während Bitcoin und Ethereum als Kryptomarkt nach unten geht, könnten wir dann im Endeffekt bei Gold hoffen, dass wir hier einen Reversal nach oben sehen. Ansonsten Euro gegenüber dem US-Dollar, last but not least, tut sich gar nichts seit gestern. Und was wir auch nochmal angucken können, ist der S&P 500, weil da ist im Endeffekt genau letzte Woche das passiert, wo wir ja drauf schon gewettet haben, beziehungsweise gehofft haben. Wir sind unter unser Rising Wedge gefallen, hatten auch mehrere Closes jetzt da drunter, sieht nicht wirklich geil aus. Und hier erwarte ich früher oder später nochmal einen dickeren Move. Und zwar nach unten. FIP-Level, können wir auch mal ziehen, würde hier auch einen perfekten Retest bedeuten, dieser 4-Stunden-Supply-Zone, die wir hier bei 5.620 Punkten circa haben, bis ungefähr 5.600 Punkte, das mal im Blick behalten für einen potenziellen Short. Und das könnte dann auch im Endeffekt genau, ich sage heute wieder oft im Endeffekt, dazu führen, dass wir dieses Hoch hier nochmal kriegen, Erholung an den Stockmärkten, Erholung am Kryptomarkt und dann eben dieser größere Dump kommt. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich sehe das Ganze immer noch ziemlich bearish. Ich bin überhaupt nicht hyped auf Bitcoin-Preise von 70.000 bis 72.000. Ich glaube eher immer noch an 50.000 US-Dollar. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Kurzes, knackiges Update. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay cool.